Wir sind an einem Muscle Break Goldegi, den ich gecraftet habe, 18% mehr Präzision, 29% horizontale Stabilität. Und in einer anderen, da bekomme ich 7000 mehr DPS, ist aber Violett und hat 18% mehr Präzision und 27% Critical Hit Damage. Ja, der DPS, was dir ausrechnet, ist jetzt da heute einfach weg dir. Der Critical Hit Damage. Ja. Ey lass sie! Und du brauchst natürlich ein SMG, der oft kritische Treffer macht. Für uns ist das ordentlich. Der MP5 eher weniger, oder? Was? Der MP5 ist mehr Spray and Pray. Jede SMG hat seine 20-25% Krit Chancen. Und deine MP5. Ja. Zumindest brauchst du sie auf Distanz, wo sie schon recht nah sind. Ja. Wirklich schneue Gründe. Weil du hast den Headshot Bonus und den Crit Bonus. Was? Welche Mission willst du dann machen? Äh, falsche Richtung. Äh, äh, äh. Gute Frage. F**k. Ja, aber ich muss auch die Rekkelzahlen. Gute Frage. Äh. Na raus, ja. Es ist halt der einfachste mit… mit randoms. Vielen Dank. Du musst die Ex-Suche starten, gell? Du bist leider. Schon? Ja! 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 No Agents found. Ich spiele es überhaupt... Alter, es findet wirklich gerade verdammt keine... Sonst probieren wir es jetzt zu heute. Man kann einfach die Gruppe aufholfen. Ja! 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 Du kannst deine Skills auch noch ein bisschen rumschiften. Auf was? Du startest auf normal. Ah, schon? Ja. Klar, wenn es dann keine Spiele ist. Ah, nein. Jetzt ist... Jetzt ist der Anger ohne das Bein zu treten. Jetzt hat es wahrscheinlich einen Schock gemacht. Aber es tut blöd. Nein. Sorry. Schlecht, Yifu. Schlecht. 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 Bist du jetzt wieder am suchen? Hm, da hinten ist ein Bein. Ah, voll. Und trotzdem nicht. Schlecht. Jetzt zeigt es sogar, die beiden haben die Mission noch nicht completed. Gibt es was? Das ist eine Herausforderung für die Challenging Ah, das muss ich dann mal hierher kommen Ich bin jetzt eigentlich schon her teleportieren Äh, das ist jetzt so Du, der Lü. Du, der Lü. Was ist das? Wer ist da? Was? Ihr? Ja, wir sind auch da. Ah, er ist da. Easy. Nein, er checkt es glaube ich nicht. Doch, wird sie checkt. Vielleicht wird er nicht gesnipet. Ich habe nicht gesnipet. Das ist wieder so einer, der das Gefühl hat, dass die Eckebombe sehr gut die Pfeil einverlassen Ja, sehr wahrscheinlich Oh shit Oh fuck Das habe ich jetzt nicht gecheckt Ja, hast du nicht gesehen, dass du voll drin stehst Nein Oh shit Ah. Uuuuh. Uh. 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 Sniperet mi host. Uh. 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 Smart. Good morning. Hostiles incoming. Vor der linken Seite schiesst noch ein Sniper auf uns, falls du beschossen wirst. Ich habe einfach nicht zu weit längs gerade. Ich habe nicht nichts. Wurruher. Schwiegen die mord. behinder PowerGLACH. Mo Jessica. Wurruher. Was hat die Krallheit? Jaww. I was nicht. Schwerge. Wurruher. 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 Das war's. Wie viele Gegner wollen sie hier noch schicken? Okay Meine Smart-Camera ist schon so lange da, ich hätte sie mittlerweile wahrscheinlich zweimal neu lassen können Wieso bleibt deine so lange? Das Ding fällt ein Geil machst du bleibst leicht Das ist auch nicht so schlimm Ich werde natürlich keine Kills machen, geht's schnell wieder weg Oh shit Aïe Die zwei Snipes links aus, kommen jetzt immer auf der Tei Ach das hat ihn nicht mal gekratzt Okay 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 Okay